Stump Foratec AG Bodencharakteristiken im Lockergestein können mit dem Pressiometre von Mönnar und dem Dilatometer von Marchetti mühelos, schnell und genau gemessen werden. Das vorhandene Bohrloch wird nicht verändert und die Bodenqualität auf Elastizität und Scherfestigkeit hin überprüft. Beim Pressiometre findet die Elastizitätsmessung über Seitendruck statt und beim Dilatometer an der Kernspitze. In Tiefen bis zu 30 bzw. 40 Metern bieten diese Methoden sehr genaue Resultate und ersetzen die Arbeit mit ungestörten Kernproben. Die zeitsparsame Messung wird in situ vorgenommen. Pressiometre und Dilatometer können jedoch nur im Lockergestein eingesetzt werden. Mit Bodenversuchen der Stump Foratec AG sparen Sie sich Geologen, Zeit, Geld und Probleme. Stump Foratec AG – Bohr- und Messtechnik mit Köpfchen Untertitelung des ZDF, 20.500 km